Handwerkspreis 2017. Erster Platz. Projekt Naturbobbahn Berlin. Die Herausforderung war auf einem sehr kleinen Hügel, nämlich nur mit 38 Meter Höhenunterschied, eine Bahn zu errichten, die attraktiv genug ist. Ein Thema war die Bäume, die dort stehen, die alle unter Naturschutz stehen. Und da haben wir auch zwischendurch fahren müssen. Und das haben wir mit dieser Biegetechnik für die Kurven, wo wir sehr enge Radien fahren können, dann gelöst. Wir haben ein Zwei-Schienensystem, auf denen alle Funktionen passieren, die ganzen Bremssituationen und die statischen Situationen. Wir liefern das Gesamtpaket, inklusive dem Bob natürlich, inklusive der ganzen Steuerung. Es ist ein geschlossener Kreislauf, die Bobs werden wieder auf den Berg gezogen, inklusive der Personen, die drin sitzen. Der Rollbob ist keine klassische Sommerrodelbahn. Er fährt auch im Winter, auch bei Nässe und hat eine geschlossene Schale, was für uns einfach Sicherheitsaspekte beinhaltet. Handwerkspreis 2017 präsentiert von der Wirtschaftskammer Salzburg.